Grüß dich, Niki. Servus. Was ist denn das, spinnst du? Schau mal her, Niki, so schauen Ski heutzutage aus. Okay, und mit der Niko ist es dann vielleicht auch so wie ihr? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber einen schönen Tag werden wir auf jeden Fall haben. Mist, der Lift hat zu. Aber ich habe da eine super Idee. Jetzt geht mir schon ein kleines bisschen in die Düse. Habe ich den Mund zu voll genommen, aber ich denke nicht. Versuche die Allgrip, mach das. Wie goll. Mega geil. Ahh. Bis zum nächsten Mal. Ja, das hat mega Laune gemacht, aber du hast echt einen kleinen Tick schneller als ich. Ja, und deswegen brauchen wir eine neue Challenge und ich würde sagen, die essen wir dann auf Asphalt. Sau gerne, machen wir auf jeden Fall.